ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu hogwarts wir sind wieder mitten in der nacht unterwegs ich weiß gar nicht warum oder ob das jetzt so gewollt ist aber wir treffen uns heute mit sebastian und n und ich habe immer noch keine richtige stimme ich hoffe ihr seht es mir nach es könnte noch die nächsten ein zwei folgen auf jeden fall so sein und wahrscheinlich auch in wildflowers weil da muss ich auch wieder so ein paar neue folgen aufnehmen ja ich schaue mal dass ich danach mich dann mal hinlegen ein bisschen schone aber jetzt möchte ich erst mal die quest mit sebastian ich weiß wie das klingt aber wenn es hilft lohnt sich das risiko er half das kryptorium mit slytherins zauberbuch zu finden nun gut wenn ominous dabei ist werde ich auch kommen wir haben nicht viel zeit solomon will feldcroft verlassen was verlassen egal du musst ihn hinhalten verschaff uns zeit an bitte ich versuche es ich melde mich solomon kann er nicht aus feldcroft wegbringen wohin würden sie denn gehen sebastian unfassbar dass mein onkel feldcroft verlassen will er wird ihn hinhalten das muss sie wir brauchen zeit zeit wofür ich habe mehr über das relikt erfahren ich habe slytherins zauberbuch mit dem verglichen was in der bibliothek über relikte und dunkle opfer steht dabei wurde mir etwas klar ich glaube das relikt funktioniert nur in der katakombe ok ja wir schaffen das auf jeden fall aber das ist wirklich komplizierter als wir gedacht haben wir müssen in die katakombe bringen und dann ein opfer darbieten das klingt riskant es ist das risiko wert unsere größte hürde könnte ominous sein ann gibt dem ganzen nur eine chance wenn er dabei ist und wir müssen es vor deinem onkel verheimlichen wenn er zum schulleiter geht fliegen wir von der schule ich regel das mit ominous was mein onkel angeht er ist kein euro mehr was er nicht weiß wird uns nicht schaden naja ich weiß ja nicht würde dein onkel alles dem ministerium melden wenn er es herausfindet ich bezweifle dass er zum ministerium geht wenn er es erfährt er hat sich nicht im guten getrennt er sagt es nicht aber seine abneigung gegen schwarze magie hat sicher etwas mit seiner zeit dort zu tun ann glaubt er wollte einst feuer mit feuer bekämpfen und setzte einen unverzeihlichen fluch im kampf gegen schwarze magie ein zumindest hat sie das so verstanden als er erkannte wozu sein beruf ihn gemacht hatte gab er ihn ziemlich abrupt auf ich glaube nicht dass er dem ministerium von schwarzer magie in seiner eigenen familie berichten würde viel glück mit ominous bis zum nächsten mal ich werde dir sagen wann wir vier uns in der katakombe treffen achte auf meine eule bis bald dann hast du dich irgendwie mit poppy abgesprochen oder so die will auch nichts mehr mit mir zu tun haben weil die nicht weitermachen möchte mit der quest sag mal so geht das nicht ihr könnt mich doch nicht immer hier stehen lassen leute ganz ehrlich aber wir haben natürlich noch eine sache nämlich auch mit sebastian also irgendwie ist das jetzt ein bisschen seltsam hintereinander dafür müssen wir bombarder kennen den kennen wir ja benötigte stufe 24 gehe ich mal 31 glaube ich mittlerweile habe ich irgendwo gelesen eben dann würde ich dementsprechend mal eben gucken wo das ist und zwar im neuen gebiet ganz unten das ist wunderbar weil wir haben da überhaupt gar nichts frei das heißt ich werde erst mal ein bisschen was freischalten warum geht der jetzt ach jetzt ach ich war ich glaube ich war tatsächlich hier im im anderen bildschirm irgendwie drin ich weiß es auch nicht ich werde jetzt erst mal zur phönix berghöhle porten mich dann zum ziel ort begeben und dann sehen wir uns gleich wieder das gesprächsthema in der schule seit dem ist der rate und mich vor den erschwinderinnen gerettet hat wir sollten besprechen wie wir weiter vorgehen wollen hallo aufzuhalten nati das finde ich jetzt gar nicht nett von dir weil ich habe nämlich gerade gesagt dass ich eine quest mit sebastian mache und da ich jetzt auch schon eine mit sebastian angefangen habe werde ich diese auch weiterführen so da befinden wir uns jetzt im anflug und natürlich ist sebastian wieder nicht da wirklich äußerst unangenehm hier ich habe die eule bekommen danke schön dich zu sehen ich habe scharen von renrocks anhängern von der küste kommen sehen einer sagte sie wollten zu einer anderen höhle wie die die wir gefunden haben wieso sind sie uns immer voraus sie wissen unmöglich vom triptychon ich weiß es nicht ich habe noch eine erinnerung gesehen von einer hüterin namens nie fitzgerald sie war verunsichert von isidoras gebrauch der alten magie aber ich weiß nicht wie das alles mit renrack zusammenhängt diese hüter treiben sicher nur spielchen mit dir du musst mehr informationen verlangen so funktioniert das nicht um zugang zu einer erinnerung zu erhalten muss ich eine prüfung bestehen das ist nicht so einfach sie zeigen mir die erinnerung in einer bestimmten reihenfolge entweder vertrauen sie dir nicht oder du mir nicht interessiert ans leid dich überhaupt aber natürlich sebastian wir sind schon so weit gekommen lass dich nicht von deinem frust überwältigen gut ich füge mich deinen hüter freunden fürs erste und widerwillig wir haben keine wahl finden wir heraus warum uns das triptychon her führte hallo schnell bemerkt ja 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 ich wollte auch was ein paar von rennrocks leuten über vorne den weg verließen warum wohl raubzüge schätze ich dieser berg diente zum schutz der wertsachen der dörfer er ist jedoch verlassen so mit ihm dürfen wir jetzt zu fuß gehen das heißt ja wie kommen wir denn da hoch da ganz hinten oder was mein gut wer sehen kann ist klar im vorteil aber ich habe ja schon erwähnt dass meine stimme total matsche ist und so langsam mein kopf auch ein bisschen matsche wird dementsprechend was ist ist das da wasser oder sind die da was am raus aus arbeiten oh ich sehe nichts mehr hallo Wann das schon wieder alle? Ne? Bin ich auch für, einfach reinzuplatzen, alle niederzumetzeln. Immerhin ist es ja offensichtlich, dass sie auf der Seite des Bösen stehen. Nein, spring nicht ins Feuer, sammelt die Sachen ein. Das war die falsche Taste. Ich soll links den Berg hoch gehen, okay? Stimmt, wir müssen da oben hier hin. Beziehungsweise, wir müssen durch den Berg, oder? Hi. Das weiß ich. Ach, na gut. Ich mache nur Konversationen. Ich will diesen Berg nicht schweigend hinaufwandern. Aha. So nennt man das also. Ich konnte da rein, aber ich weiß nicht. Auf jeden Fall gab es da noch eine Öffnung. Aber ich denke mal, entweder müssen wir später mal durch eine Quest dahin, oder wir können das, wenn wir Sachen einsammeln, mal machen. Ich wollte nicht schweigend nach oben gehen. Ja, ja, so, so. Könnt ihr Viecher vielleicht einfach mal nach rechts oder links laufen, damit ich euch nicht umlaufe? Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, kann ich da jetzt durch oder nicht? Weil das ist wie so ein Schutzzauber gerade gewesen. Das Questium ist doch da, ja. Nicht, dass der jetzt ja auch wieder irgendwo hängen bleibt, stehen bleibt, wie auch immer. Sich hinlegt, eine Runde schläft. Was weiß ich. Würde ich auch gerne machen, aber ich bin ganz ehrlich, ich wollte unbedingt die Quest machen. Ja, es ist hier links in der Nähe. Bringt uns aber nichts, weil wir haben ja schon Testrale. Wir brauchen aber keine Pläne. Ich werde nach oben laufen können. Wie beide sind? Ich kämpfe, bevor du geboren wurdest. Kommt. Ich bin dran. Kommt. Ich bin dran. Kommt. Kommt. Das ist hier. Du kannst du nicht aufhalten. Kommt. Du wirst mich nicht aufhalten. Wann. Nicht dran. Kommt. Dann kommst du nicht davon. Hallo, ist da nicht nur eine? Doch, aber das zu feige rüber zu kommen, oder was? Hallo? Ja, du warst zu weit weg, Junge. Sei nicht so feige, komm einfach her. Wir hatten es nicht anders verdient. Was wollte das denn? Ich dachte an tote Kobolde. Du hättest uns umbringen können. Habe ich aber nicht. Hallo, ich wollte auch einstimmen. Gehen wir weiter. Nein, wir gehen nicht weiter, wir gucken jetzt erstmal hier. Da sind bestimmt noch viele Sachen, die auch Gold enthalten und so. Müssen wir überall mal so ein bisschen einsammeln, ne? Und diesen patzigen Unterturm brauchst du gar nicht zu bringen, Mädel, weil ich hätte es genauso gemacht. Besser gesagt, ich mache es jedes Mal genauso. Ich stürme einfach rein. So, also sofern ich kann. Moment, da ist. Komm, bring doch. Komm ich da von hier unten dran? Sieht nicht so aus. Nein, du sollst... Geh doch einfach mal da hoch, verstehe. Das ist ja wohl niedrig genug. Moment, dann müssen wir es anders probieren. Ob wir das so vielleicht schaffen? Das ist mal... Das weg. Ähm, wir haben hier keine Erhöhung. Dann schauen wir mal. Ja, das sieht gut aus. Ja, meine ich doch. Ist nur die Frage, ob uns das überhaupt irgendwas bringt, aber... Ich mein, ne? Okay. Also, wir müssen rein. Wir könnten theoretischerweise auch rechts gehen. Das weiß ich nicht. Ob wir da mal gucken sollen. Aber ich würde sagen, wir gehen erst mal rein. Ja. Mhm. Hallo? Wo komme ich denn hier nicht hoch? Deswegen. So, das geht nicht mehr. Okay. Leise wie ein... Äh, nee, nicht Rhinozeros. Das hat er nicht gesagt. Ähm. Diese großen Viecher, die auf einen zugelaufen kommen. Mit ihrem Muschusöl. Äh, von wegen Paarungsritual. Okay, da können wir auch noch was machen. Ah, da kommen wir da hin. Sehr schön. Ja, lauf weiter, 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 weiter. Du musst auch weg. So. Ist das jetzt dein Ernst? Komm schon. Aber die komischen Hühner, die habe ich nicht getroffen, oder was? Das ist ja alles so dunkel, Leute. Ganz ehrlich. Sehr geehrte Einwohner. In zwei Wochen wird der Hühnerstall im Rahmen der Ermittlungen des Ministeriums zu Gerüchten über die illegale Zucht von Basiliken inspiziert werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Räumlichkeiten frei von Kröten sind und denken Sie daran, dass die Strafe für solche illegalen Zuchtbemühungen lebenslange Inhaftierungen in Azkaban ist. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe im Zaubereiministerium. Ja. Da hat er wohl gedacht, bevor er jetzt lebenslang da irgendwie eingesperrt wird, dann will er lieber will er sich lieber selber umbringen, so wie es aussah. Oder die haben ihn umgebracht, aber das gehe ich jetzt mal nicht von aus. Da hinten haben wir, okay. Kuckuck, Partysprengung. Kuckuck, Partysprengung. Ich werde nicht tun. Ich bin durch. Kuckuck, Partysprengung. Ha, das muss es sein. Ah, es ist nur noch einer. Warten. Worauf? Wieso bist du plötzlich so zaghaft? Hör zu. Ich bin eine Frau. Ich weiß, dass du wütend und frustriert bist, aber jetzt vorzupreschen könnte alles zunichte machen. Lodgog meinte... Ach, dein Koboldfreund. Ach, hör schon auf. Nicht alle Kobolde sind wie Renrock. Ich bin nicht deine Feindin. Wir wollen dasselbe. Antworten finden. Ich dachte auch, wir hätten dasselbe Ziel. Haben wir auch. Hör zu. Lodgog weiß viel mehr über Renrock als wir. Er meinte, dass Renrock offenbar von den Hütern weiß und nach allem sucht, was mit ihnen in Verbindung steht. Darum scheinen sie uns immer einen Schritt voraus zu sein. Ich weiß, was ich tue. Du musst mir vertrauen. Sonst können wir nicht gemeinsam weitermachen. Ja, schon gut. Tut mir leid. Meine Gefühle überwältigen mich wohl. Schon seit einer ganzen Weile. Ich vertraue dir wirklich. Und ohne dich kann ich Anne nicht helfen. Gut. Renrock weiß eindeutig mehr als wir dachten. Wir müssen vorsichtig sein. Wir dürfen nicht einfach losstürmen. Wir haben viel Arbeit vor uns. Wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir das letzte Stück des Triptychons finden wollen. In Ordnung. Revelium. Und es kommt nicht auf ein paar Sekunden an, lieber Sebastian. Ah. Sehr gut. Tromm Tunnel. Sehr schön. Ist allerdings schlecht, wenn ich mich mal aus Versehen dahin teleportieren sollte und dann plötzlich hier im Tunnel auskomme und da hat sich andere Gegner und alles noch drin sind. So, da müssen wir hin. Dann halt nicht. Erstmal geht die Wand laufen. Ich habe hier doch gerade noch was gesehen. Ist die tot oder versteckt die sich? Und da hinten sind auch noch mal ein paar. Das finde ich nicht gut. Das finde ich ganz und gar nicht gut. Und vor allen Dingen Spinnen. Warum müssen es immer wieder Spinnen sein? Hätte es selbst fast nicht besser gekonnt. Expelliarmus. Legion. Spirion. Fingo. Bombardar. Fingo. Expelliarmus. Fingo. Fingo. Restant. Bars. Fingo. Rot. Bars. Obtämiung. Abann. Voltant. Bars. Tisendo. Pass. Abann. Fingo. Bombard. Watt. Watt. Bars. Bars. Was habe ich noch gesagt von wegen Spinnen? Warum müssen es immer wieder Spinnen sein? Eklig, diese Viecher. Vor allen Dingen, wenn die dann haushoch sind. Ja gut, haushoch sind es ja jetzt hier nicht gewesen, aber wenn sie dann so groß sind, das ist schon schlimm. So, die Frage ist, führt das jetzt hier zum gleichen Ort hin? Hallo, du sollst es aufnehmen. Hallo. Jetzt. Spinnenfangzähne kann ich doch nicht liegen lassen. Dann können wir uns noch eben mitnehmen. Ich habe da gerade wieder was. Das sind die Kleinen, ne? Aufblinzen sehen. Jaja, das sind die Kleinen. Okay, wir müssen sowieso hier oben rum. Das heißt, eigentlich hätten wir erst mal unten rum gucken sollen. Ne, wir müssen unten rum, ne? Äh, hallo? Ich habe das gerade weggemacht. Kann das mal ganz weggehen? Dankeschön. Ein Stoß und die Truhe wäre abgestürzt. Oh. Ja, der muss nicht gegenstürzt. Okay, aber ganz ehrlich, wen interessiert jetzt die Truhe? Hauptsache, wir stürzen nicht ab. Äh, da hinten können wir weiter. Da können wir auf jeden Fall runter. Wir sollen... Ja, ist eine gute Frage. Wir sollen wahrscheinlich auch da hinten rum, so wie es aussieht. Äh. Das ist unter uns. Die Frage ist, kommen wir da so hin und dann auch wieder hoch? Ich hoffe, dass wir dann da... Ja, das denke ich auch. So, also muss ja so sein. Wenn wir jetzt nicht mehr rauskämen und für uns ist die Truhe, dann wäre das ja wirklich dämlich. Also, das muss ja so sein. Oh, muss ich auf dich draufspringen, Sebastian? Musst du mir so hinterherkommen? Ach, du warst doch eben auch nicht da. So, das nehmen wir noch schnell mit. Was? Hast du dich so von mir erschrocken, oder was? Nein, ich wusste es. Klein? Ja. Ja. Ähm. Nervige kleine Biesten. Wortwörtlich so, wie er es gesagt hat, ja. Okay. Da oben sitzen auch wieder welche. Okay. Das sind die Kleinen. Das ist hier oben noch. Nee, da ist nichts, wo wir rum können, ne? Muss er denn jetzt schon wieder hin? Hallo? Sebastian? Ja, ich gehe da mal alleine weiter. Kein Thema. Ich dachte, du begleitest mich wenigstens noch so ein Stück. Sieh dir das an. Nicht wirklich mein Stil. Zu übertrieben, wenn du mich fragst. Die kommen aber jetzt nicht raus. Du bist aus der Wege unten hier. Die kommen natürlich raus. Passivule. 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 Okay. Passivule. 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 1. 2. 1. 6. 10. 10. 10. 11. 10. 11. 12. 17. Ja, wenn ihr mich zwischendurch pusten gehört habt, dann war das deswegen, weil mir gerade wie da so ein Minifich in die Nase geflogen ist. Ähm. So, das wollte ich nicht. Aber das geht auch. Ich muss nicht einfach nur draufschießen. Okay. So. Nein, nimm das, was... Nimm doch mal das, was markiert. Hallo. Sag mal, muss ich das jetzt echt mit der Hand anschießen, damit man das macht? Dein Ernst jetzt. Endlich können wir hier raus. Äh, so. Okay. Na gut. Ich dachte zuerst, dass ein Spinnenbein hier... Ich wollte schon gar nicht da durchlaufen. Okay. Das nehmen wir noch eben mit? Sonst nichts mehr, ne? Hier auch nicht? Konnten wir das nehmen? Konnten wir das nicht? Ah ja, das ist ein Spinnengiftzahn. Hier ist nichts mehr. Wenn ich ein bisschen besoffen laufe, tut es mir leid. Ich versuche immer wieder, diese blöde Fliege hier wegzuschießen. Also nicht zu schießen, sondern wegzuschieben mit der Hand. Oh, verdammt. Habt ihr einen Schuss nicht gehört? Konkringo. 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 Die Pindon. Bambada. Descendo. Bingo. Reliamos. Konkringo. Bombada. Reliamos. Konkringo. Bambada. 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 Konkringo. Konkringo. Bambada. Echt pellen. Zeit. Aba. Verkündo. Aba. von Bambada. Aba. 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 Ja, den Spruch kennen wir jetzt schon. Gut, dass ich noch daran gedacht habe, dass ich ja noch meinen Superangriff habe. Weil hierfür, glaube ich, war er doch schon ganz angebracht. So, erstmal die ganzen Spinnenzähnchen und so weiter hier einfangen. Äh, einfangen. Einsammeln. Ich glaube, eingefangen habe ich die gerade schon. Achso, das müssen wir reparieren. Das müssen wir gar nicht. Ja, dann. Äh, oder auch nicht. Nein. Das war ja harte Arbeit. Das kannst du laut sagen. Ich wollte gerade sagen, da müssen wir doch bestimmt durch. Dann werden wir jetzt erstmal kurz hier gucken. Was hier noch hinter ist. Da haben wir noch was. Wieso zucken diese Dinger hier so? Jep, dankeschön. Sonst hatte ich jetzt hier nichts gesehen. Das heißt, wir gehen erstmal wieder weiter. Sebastian, komm mit mir. Lauf mit mir durch die Spinnenweben. Das ist sexy. Okay, da ist scheinbar ein Rätsel. Vielleicht auch mit Gegnern. Hallo. Nimm es doch an. Achso, das ist wieder so ein Powertrag. Okay. Äh, da haben wir noch was. Er möchte mir scheinbar nicht im Weg rumstehen. Das ist sehr löblich. Da müssen wir hin, ne? Ja. Don, Reveglio. Nein, wir sehen erstmal eben den Eintrag an. Es war eine solche Freude, meinem Vater nach all diesen Jahren zu helfen, seine Stimme wieder zu hören. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich ihn vermisst hatte. Ich muss gestehen, dass mich die Reaktion der Hüter überrascht hat. Ich hätte damit rechnen müssen. Wie können sie tatenlos dastehen und nichts tun, wenn noch so viel Gutes in ihrer Macht liegt? Wie kann Professor Reckham sich anmaßen, mir vorzuschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe? Sie alle sind so unverfroren, über mein Werk zu urteilen, ohne wirklich begriffen zu haben, was ich da geschaffen habe. Ich habe jedoch noch eine Hoffnung. Die Schulleiterin scheint begriffen zu haben, was ich tue. Wenn die Zeit reif ist, will ich zu ihr gehen. Vielleicht ist sie fähig und gewillt, mir zu helfen. Bis ich jedoch sicher bin, muss ich meine Arbeit allein fortführen. Wenigstens für den Moment. Aber ich werde jemanden finden, der mir hilft. Ich werde jemanden finden, der die Gabe mit mir, die mir gewährt wurde, ebenso versteht, wie meine Pflicht, sie anzuwenden. Für den Augenblick will ich sicher verwarnen, was ich gelernt habe. Eines Tages werde ich mit anderen, die wie ich sind, teilen können. Mensch, Sebastian, du musst doch nicht immer dazwischenplappern. Ich konnte es gar nicht richtig lesen. Nein, du sollst wechseln. Du sollst kein Licht machen. Aber es ist schön, dass er dann auch direkt Lumos sagt. Okay. Ja? Dann lass uns weitermachen. Mist, kommen wir da rüber? Ah, da hinten kommen wir nicht rüber, ne? Ich denke, dass das zu weit ist. Ich würde es lieber nicht riskieren, damit wir jetzt nicht wieder von unten anfangen müssen. Also da war auf jeden Fall noch eine Truhe. Noch eine Barriere. Wir können sie bestimmt uns brechen. Rebellion. Hm, können wir. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir alles, Sebastian. Also reiß dich zusammen. Ich fühle, wie meine Fähigkeiten von Tag zu Tag wachsen. Nie habe ich ein stärkeres Gefühl von Sinnhaftigkeit verspürt. Ich weiß, dass ich dazu bestimmt bin, das zu tun, was ich gerade tue. Die Zahl der Seelen, deren Leid ich lindern konnte, nimmt täglich zu. So viel Schmerz. Ich habe auch erkannt, dass diese Magie selbst in gewisser Weise bestätigt, dass ich das Richtige tue. Jedes Mal, wenn ich auch nur einen Hauch von diesem Nebel einatme, spüre ich, wie ich mächtiger werde. Es ist, als würde ich für meinen Mut belohnt oder dafür, dass ich diese Magie für den Zweck verwende, für den sie bestimmt ist. Ich fürchte jedoch, dass ich einen Weg finden muss, zu lagern, was ich in diesem Moment nicht nutzen kann. Ich verstehe seine Macht noch nicht vollkommen und will nichts dem Zufall überlassen. Ich habe eine Idee. Sie ist nicht unrisiko, aber ich glaube, dieses Risiko ist es wert. Ja, wie komme ich jetzt... Achso, doch, da kommen wir, glaube ich, hoch, oder? Ja, klingt beunruhigend. Es klingt halt nach der einen, dessen Erinnerungen wir schon gesehen haben. Oh, brauche ich mich jetzt zu schlucken? Ja, Isodora, genau, so hieß die. Was bin ich froh, dass ich das in den meisten Fällen nicht auf Zeit machen muss? Weil das habe ich immer mega gehasst bei... Eigentlich müsste ich jetzt schon fließend runisch können. Wo war die jetzt gerade nochmal dahinter? Äh, das habe ich nämlich gehasst bei, ähm... Ach, wie heißt es jetzt? Äh, God of War. Dieses auf Zeit laufen und dann so wenig Zeit haben, dass man es eigentlich nicht schaffen kann. Wie konnte ich mich nur so täuschen. Die Schulleiterin weigert sich mir zu helfen. Ich habe versucht, es ihr zu erklären, aber sie ist ebenso wie die anderen blind für die Möglichkeiten, die sich in dem verbergen, was ich tue. Ich habe nun erkannt, dass ich mich nur auf mich selbst verlassen kann. Aber heute bin ich eine mächtigere Hexe als je zuvor. Und das habe ich der Arbeit, die ich getan habe, zu verdanken. Ich werde nicht zulassen, dass das Potenzial meiner Magie ungenutzt bleibt, wie die Hüter es verlangen. Ich gebe zu, dass ich manchmal zweifle, ob ich je in meinem Leben jemanden finden werde, mit dem ich dieses große Werk teilen kann. Falls nicht, werde ich Trost in der Tatsache suchen, dass ich ihnen einen Pfad geebnet habe, dem sie nach mir folgen können. Einen Pfad, von dem sie lernen können. Vielleicht gelingt es ihnen zu verbringen, was ich nicht kann. Die ganze Welt heilen. Ja, der typische Antagonist. Zeigten, dass die Hüter und Isidora bezüglich der Nutzung alter Magie uneinig waren. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Kann ich doch. Oder ich muss wieder... Gehen wir aber erstmal eben hier hin. Nein. Das letzte Stück für das Triptychon. Wir haben es geschafft. Nein. Hätte Isidora all das nur offenbaren können? Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isidora bezüglich der Nutzung alter Magie uneinig waren. Aber ich verstehe nicht, warum sie sich so viel Mühe gegeben hat, ihre Geschichte ohne deren Wissen zu erzählen. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Das wünschte ich auch. Wenn wir das Triptychon vollenden, sehen wir vielleicht mehr. Ja, ja, ja. Machen wir doch sofort. Lass mich doch mal gucken, ob wir hier oben noch irgendwas haben. Wir können doch direkt in die Kammer gehen, wenn ich es richtig gesehen habe. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, ob er jetzt so mitkommen kann. Ich kann ja auf jeden Fall durchgehen. Schon klasse, ne? Würde ich ja gehen, aber sie lässt mich nicht. Noch ein Denkarium. Danach haben wir gesucht. Ich frage mich. Was ist denn? Finden wir es raus. Mein Bruder kann ich nicht zurückbringen. Aber dir kann ich Frieden geben. Hier, setzen Sie sich. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora! Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Danke. Hat's geklappt? Ja, das hat es. Wie zu erwarten, bei Kobold-Silber. Ich brauche etwas Größeres. Na gut. Es wäre hilfreich zu wissen, was darin aufbewahrt werden soll. Magie. Von meinem Zauber, um Menschen den Schmerz zu nehmen. Doch, richtig angewandt, kann ihre Macht noch so viel mehr Gutes tun. Wieso willst du so eine Magie wegsperren? Ich muss sie nur sicher verwahren, bis ich meine Kollegen von ihrem Nutzen überzeugen kann. Solcher Macht... ...misstrauen manche. Nicht jeder ist bereit, solche Macht zu nutzen. Vielleicht. Aber jemand muss es sein. Sie hat den Schmerz genommen. Ich wusste es. Ich wusste, es gibt einen Weg, Anne zu helfen. Hier stimmt was nicht, Sebastian. Was meinst du? Du hast gesehen, was sie getan hat. Nicht die Erinnerung, das Porträt. Ich... ich denke, Isadora ist nicht erschienen, weil sie es nicht kann. Verstehe ich nicht. Das haben wir doch schon mal gesehen. Das verlassene Haus in Feldcroft, das zerstörte Bild. Das war sie. Also hat irgendjemand eine verzauberte Leinwand zerstört. Doch, wir haben die Erinnerung. Ja, ja, du hast recht. Wir haben gesehen, was sie wollte. Wozu sie fähig ist. Wozu du fähig bist. Ich weiß nicht, wie Isadora das gemacht hat. Dann lernst du es. Die Hüter bringen es dir bei. Das würden sie nicht tun. Die Hüter glauben das Beseitigen der Fähigkeit, Schmerz zu fühlen. Das ist eine komplizierte, unvorhersehbare Form der Magie, die nur sehr vorsichtig genutzt werden sollte. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt? Du hast all ihre Prüfungen erfolgreich bestanden. Du hast dich mehr als bewiesen. Du schaffst das. Du bist bereit dafür. Bitte. Sprich mit den Hütern. Wenn nicht für mich, dann für Anne. Warum wollten die Hüter Isadora zum Schweigen bringen? Warum ihr Porträt zerstören? Ja, dem Mysterium werden wir hoffentlich auf den Grund gehen. Aber das werden wir nicht mehr in der heutigen Folge machen. Denn die haben wir schon sehr, sehr überzogen. Auch wenn ich zugeben muss, dass es mal wieder richtig spannend war. Und, naja, ich gut verstanden habe, warum Sebastian einfach reingelaufen ist. Weil, wie gesagt, ich das ja auch immer mache. Ich habe einen von Renrocks Bohren in einer Mine an der Küste gefunden. Ich will ihn zerstören. Ich habe es satt, mit ihm zu diskutieren. Sie können mich gerne begleiten. Wenn ich sie dort nicht antreffe, melde ich mich, wenn ich zurückkehre. Ich habe etwas für sie. Notgok ahnt gar nicht, in was für große Gefahr er sich begibt. Ich sollte ihn besser finden. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber, wie gesagt, nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten Folge. Ich sage mal, tschüss für heute und bis zur nächsten Folge dann. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.